Ursprünglich begriff man die Gruppentheorie als das Studium nicht leerer, multiplikativ abgeschlossener Teilmengen der symmetrischen Gruppe. Das sind gerade die endlichen Permutationsgruppen. Erst die abstrakte Axiomatisierung durch Cayley verhalf der Gruppentheorie zum entscheidenden Durchbruch. Der Satz von Cayley zeigt nämlich, dass durch die abstraktere Definition einer Gruppe gar nichts neues gewonnen wurde, denn jede Gruppe ist zu einer Permutationsgruppe isomorph, heißt strukturgleich. Der Satz von Cayley bildet damit einen Ausgangspunkt der Darstellungstheorie, die eine gegebene Gruppe untersucht, indem sie ihre Darstellungen auf konkreten und gut verstandenen Gruppen nutzt. Wir widmen uns daher in diesem Video einmal genauer der Permutationslehre. Der Name Permutation wird vom lateinischen permutare, was übersetzt vertauschen heißt, abgeleitet und legt daher die Vermutung nahe, dass es darum geht, verschiedene Anordnungen von Objekten zu betrachten, die durch das Tauschen dieser Objekte erreicht werden kann. Formal ist eine Permutation eine biaktive Abbildung von einer Menge x in sich selbst. Zur Veranschaulichung kann man sagen, dass bei einer Biaktion eine vollständige Paarbildung zwischen den Elementen von Definitionsmenge und Zielmenge stattfindet. Im vorliegenden Fall besteht die Menge x aus drei Elementen, einem blauen, einem roten und einem grünen Kreis. Es könnte sich hier auch ebenso gut um Menschen, Münzen oder Muscheln handeln. Das sind die folgenden Fälle, die durch Tauschen erreicht werden können und allesamt eine Permutation der Elemente beschreiben. Der Pfeil zeigt in dieser Darstellung von der ursprünglichen Position eines Objekts hin zur neuen nach Anwendung der Permutationsabbildung. Die Permutation sucht also das Konzept des Vertauschens zu fassen. Die mittlere Abbildung in der oberen Reihe beschreibt etwa die Konstellation, in der grün am gleichen Platz bleibt, während blau mit rot vertauscht wird. Die Abbildung in der oberen Reihe ganz links, die den blauen auf den blauen, den roten auf den roten und den grünen auf den grünen Kreis abbildet, heißt Identitätsabbildung und vertauscht daher nichts im eigentlichen Sinne, wird aber dennoch als Permutation aufgefasst, um auch diesen Fall behandeln zu können. Formal heißt eine Abbildung von einer Menge x mit n Elementen, n-stellige Permutation, wenn es sich um eine biektive Abbildung von x nach x handelt, d.h. um eine Abbildung, die jedem Element von x genau ein eindeutiges Tauschelement aus x zuordnet. Da jede endliche Menge x zu einer Menge der Zahlen von 1 bis n gleichmächtig ist, nimmt man zur besseren Visualisierung diese als Referenzmenge, damit wir nicht von Kreisen, Salatköpfen oder Vögeln sprechen, sondern diese stattdessen mit Zahlen versehen. Hier einmal dargestellt für das Beispiel auf der vorhergehenden Folie. Um nun Boden für eine fruchtbare Theorie zu schaffen, beschäftigen wir uns zunächst mit der Darstellung von Permutationen. Wir haben uns also bereits darauf geeinigt, dass wir statt mit unzählig verschiedenen Objekten zu arbeiten, diesen Objekten eine Zahl zu weisen. Die Zwei-Zeilen-Form besteht, wie der Name sagt, aus zwei Zeilen. In der oberen wird die ursprüngliche und in der unteren die Position nach Anwendung der Permutationsabbildung notiert. Etwas platzsparender ist die Tupelschreibweise. Diese verzichtet auf zwei Zeilen und nutzt daher die Geordnetheit von Tupeln. Die Zykelschreibweise zerlegt eine Permutation in ihre Bestandteile. So entsteht zum Beispiel die hier abgebildete Permutation aus zwei in sich geschlossenen Einheiten, sogenannten Zyklen, die hintereinander geschaltet durch Kompositionen die gleiche Netto-Permutation beschreiben. Diese Bestandteile kann man dadurch identifizieren, dass sie sich zyklisch verhalten, also in sich geschlossene Einheiten sind. Dies wird durch das wiederholte Anwenden der Permutationsabbildung charakterisiert. Wir werden später noch genauer auf dieses Konzept eingehen. Nehmen wir nun folgende Permutation. Anstatt von verschiedenen farbigen Kreisen zu sprechen, versehen wir diese mit einer Zahl. Möchte man nun in Symbolen ausdrücken, was diese Permutation bewirkt, so notiert man mit der Tupelschreibweise die Bilder der Permutationsabbildung in aufsteigender Reihenfolge. Mit der zwei Zeilenform schreibt man die ursprüngliche Position in die obere und die nach der Anwendung der Abbildung in die untere Zeile. Für die Zyklenschreibweise beginnen wir typischerweise mit dem kleinsten Element und schauen, ob es geschlossene Einheiten gibt. Das ist hier der Fall, nämlich tauscht 1 mit 2 und 2 mit 1, ein Zyklus. 3 bleibt gleich und wird daher alleinstehend in einer Klammer notiert. Die alleinstehende 3 kann man nun aber auch streichen, da wir uns in erster Linie für die Vertauschung und nicht das, was gleich bleibt, interessieren. Wir betrachten nun genauer die Zerlegung von Permutationen in Zyklen. Es sei erwähnt, dass sich jede Permutation als Produkt des Jungter Zyklen, als Produkt von Transpositionen, ja sogar als Produkt von Nachbarvertauschungen schreiben lässt. Das waren nun viele neue Begriffe, also werden wir diese genauer unter die Lupe nehmen. Zwei Zyklen heißen disjungt, genau dann, wenn in keinem der beiden Zyklen das gleiche Element zu finden ist. Man nennt die Menge der Elemente innerhalb eines Zyklus auch den Träger des Zyklus. Man kann also vornehm sagen, dass zwei Zyklen genau dann disjungt sind, wenn ihre Träger disjungt sind. Ist sie disjungtert erfüllt, so sind Zyklen sogar kommutativ. Das heißt, man kann zwei disjungte Zyklen beliebig untereinander vertauschen. Eine Transposition ist eine spezielle zyklische Permutation, die genau zwei Elemente miteinander vertauscht. Eine Nachbarvertauschung ist ein noch strengerer Begriff, denn hierfür müssen sogar zwei nebenliegende Elemente miteinander vertauscht werden. Also die stärkste Aussage dieser Folie ist, dass sich jede Permutation als Produkt von Nachbarvertauschungen ausdrücken lässt. Wir werden das nun an einem ausführlicheren Beispiel durchgehen. Sei folgende Permutation gegeben. Wir versuchen diese zunächst in Zyklen zu schreiben, suchen also nach abgeschlossenen Einheiten. Typischerweise beginnt man mit dem kleinsten Element, das ist hier die 1. Die 1 tauscht mit der 10, diese mit der 8, die 8 mit der 12, die 12 wiederum tauscht mit der 1, sodass wir wieder am Anfang sind. Nun machen wir mit der zweitkleinsten Zahl weiter, der 2. Die 2 tauscht mit der 11, die 11 tauscht mit der 4, diese mit der 7, die 7 mit der 5 und diese wiederum mit der 2, sodass wir wieder einen Zyklus identifiziert haben. Weiter geht es mit der 3. Die 3 wechselt mit der 6 und die 6 mit der 3. Wieder ein Zyklus. Übrig bleibt also noch die 9, die wir dazuschreiben können, aber nicht müssen. Wenn wir nun die Zykelschreibweise in Transpositionen übersetzen wollen, so sollte ich spätestens jetzt anmerken, dass man bei der Komposition, die man gedanklich immer zwischen den Zyklen mitdenkt, von links nach rechts liest. Gut, also Transpositionen wie 3, 6 bleiben bestehen, 1er Zyklen wie 9 fallen weg, weil hier gar kein Tausch stattfindet. Es lohnt sich, an dieser Stelle das Video anzuhalten und tatsächlich nachzuprüfen, dass diese Zerlegung korrekt ist. Möchte man nun noch einen Schritt weiter gehen und in Nachbarvertauschungen übersetzen, so wird der Ausdruck 5 mal so lang, weswegen ich mir nur eine Transposition exemplarisch herausgreife. Das sei hier 2, 5. Lesen wir die nebenstehenden Nachbarvertauschungen, wie erwähnt von links nach rechts, so kann man sich auch diese Gleichheit klar machen. Hier ist erneut empfohlen, das Video anzuhalten. Wir haben auf der vorhergehenden Folie gelernt, dass es jungte Zyklen und Nachbarvertauschungen sind spezielle Zyklen, vertauscht werden können. Wenn sich nun aber jede Permutation in ein Produkt von Nachbarvertauschungen schreiben lässt, die wiederum untereinander getauscht werden können, so kann die Darstellung einer Permutation in Transpositionen nicht eindeutig sein. Was man aber sagen kann, ist, dass eine Transposition stets das Produkt einer ungeraden oder geraden Anzahl von Transpositionen ist. Es lässt sich also eine Aussage über Parität treffen. Das ist wichtig für die Gruppentheorie, man denke hier allein nur an die alternierende Gruppe, die gerade alle ungeraden Permutationen in einer Gruppenstruktur mit der Komposition zusammenfasst. Ein kleiner Kommentar, der hier aber nur am Rande erwähnt sein soll, ist der Fakt, dass für eine beliebige Permutation von n Objekten genau 1 plus die Summe über n über k mal k-1 Fakultät von k gleich 2 bis n Zyklen gibt. Bei Interesse, wie dies zustande kommt, möge man sich in den Kommentaren melden. Wir widmen uns nun noch einer letzten Darstellungsmöglichkeit, der Permutationsmatrix. Diese ist eine n-Kreuz-n-Matrix, die nur aus den Einträgen 0 und 1 besteht. Ein Beispiel wird die Idee schnell klar machen. Wenn wir folgende Permutationen gegeben haben, also 1 mit 2 tauscht, 2 mit 1 tauscht und 3 gleich bleibt, so interpretiert man die obere Zeile der zwei Zeilenformen als die Matrixzeile und die untere Zeile als die Matrixspalte des Elements. So ist etwa 3 3 in der dritten Zeile und dritten Spalte der Permutationsmatrix. Permutationsmatrizen spielen insbesondere in der Schachmathematik eine große Rolle, wenn es um Zugkombinationen von Schachfiguren geht. Jedes Feld dieses n-Kreuz-n-großen Schachbretts wird durch jeweils einen Eintrag in der Matrix charakterisiert, mit 1, wenn sich dort eine Spielfigur befindet, und mit 0, wenn ihm nicht so ist. So lösen Permutationsgruppen etwa das Problem, n Türme auf ein n-Kreuz-n-Schachbrett zu verteilen, sodass sich keine Türme gegenseitig angreifen, links veranschaulicht im Bild. Schwieriger zu lösen ist das Damenproblem, bei dem die Türme durch Damen ersetzt werden, die auch diagonal angreifen können. Die Lösung des Damenproblems läuft ebenfalls über Permutationsmatrizen. Die Menge der Permutationen, versehen mit der Komposition, hat Gruppenstruktur. Definiert man zunächst die symmetrische Gruppe, dies sind die Permutationen einer beliebigen Menge x, so erhält man die Permutationsmenge, indem man von der allgemeinen Menge x absieht und diese durch die Referenzmenge der natürlichen Zahlen von 1 bis n ersetzt. Wir beweisen nun, dass dies in der Tat eine Permutationsgruppe ist. Dafür möchten wir zunächst beweisen, dass Sn mit einer inneren zweistelligen bzw. binären Verknüpfung ausgestattet ist. Das heißt, dass zwei Elemente aus Sn verknüpft wieder innerhalb von Sn liegen. Die Abgeschlossenheit ist aber gerade dadurch gegeben, dass Permutationen Bi-Aktionen sind und die Verknüpfung von zwei Bi-Aktionen, die zwischen gleichen Mengen vermitteln, wieder eine Bi-Aktion zwischen diesen Mengen ist. Die Assoziativität für bi-aktive Funktionen ist ebenfalls erfüllt. Das neutrale Element ist die Identitätsabbildung und da jede bi-aktive Funktion auch umkehrbar ist, besitzt auch jedes Element aus Sn eine eindeutige Inverse. Wir werden nun einige wichtige Kenngrößen einführen. Der Zykeltyp beschreibt die Anzahl und Längen der Zyklen in der Zykeldarstellung einer Permutation. Wenn bj die Anzahl der Zyklen der Länge j beschreibt, dann ist der Zykeltyp gegeben durch 1 hoch b1, 2 hoch b2 bis n hoch bn. Hierbei soll diese Darstellung nicht als Produkt gelesen werden, der Zykeltyp einer Permutation ist keine Zahl. Typgleiche Permutationen können auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen, der Zykeltyp ist daher eine Art Äquivalenz-Klassifizierung von Zyklen, nicht verwunderlich, dass die Permutationen gleichen Zykeltyps eine Äquivalenzklasse bilden. Das werden wir später sehen. Nehmen wir also unsere ursprüngliche Beispielpermutation. Die Zykelzerlegung hatten wir bereits durchgeführt, so dass der Zykeltyp der Permutation einfach nur noch abzulesen ist. Wir haben einen 1er-Zyklus, einen 2er-Zyklus, keinen 3er-Zyklus, einen 4er-Zyklus und genau einen 5er-Zyklus. Der Zykeltyp einer Permutation ist gleich dem Zykeltyp ihrer Inverse. Die Inverse lässt sich in der 2-Zeilen-Form spielend leicht berechnen. Hier tauscht man einfach die obere mit der unteren Zeile, statt der 1 steht hier nun die 10 und sortiert die obere Zeile dann wieder in aufsteigende Reihenfolge, was nicht verpflichtend ist, aber besser für die Anschauung. Die Ordnung einer Permutation fragt, wie oft man eine Permutationsabbildung hintereinander anwenden kann, bis man an der ursprünglichen Ausgangsposition der Elemente angekommen ist, also so oft getauscht hat, bis der Nettotausch der gleiche ist, wie wenn man gar nichts getan hätte, also gleich der Identität. Wir definieren die Ordnung also als die kleinste natürliche Zahl, die man die Permutationsabbildung hintereinander ausführen muss, um die Identitätsabbildung herauszubekommen. Wichtig ist, dass die Ordnung eines Zyklus genau dessen Länge entspricht. Hat man etwa 3 verschiedenfarbige Bücher im Bücherregal, tauscht 1 mit 3, 3 mit 2 und 2 mit 1, so erhält man nach einmaliger Anwendung diese Konstellation. Tauscht man erneut nach dem gleichen Muster, also wieder 1 mit 3, 3 mit 2 und 2 mit 1, so erhält man diese Konstellation. Wendet man die Permutation ein letztes Mal an, so ist man wieder bei der ursprünglichen Konstellation. Mit der Zyklen-Darstellung können wir gut arbeiten, denn die Ordnung einer Permutation lässt sich zerlegt in das Jung der Zyklen als kleinstes gemeinsames Vielfaches der Zykellängen bestimmen. Zurück zu unserem Beispiel haben wir also diese große 2-Zeilen-Form-Darstellung in Zyklen der Länge 1, 2, 4 und 5 zerlegt. Das KGV dieser Zahlen ist 20, so dass Sigma hoch 20 gleich der Identitätsabbildung ist und damit die Ordnung von Sigma gleich 20. Eine weitere Kenngröße ist der Fehlstand einer Permutation. Die Fehlstandsanzahl kann als Maß für die Unordnung der durch die Permutation vertauschten Zahlen angesehen werden. Man nennt ein Zahlenpaar IJ Fehlstand oder Inversion einer Permutation, falls zum Beispiel I echt kleiner als J gilt, aber nach Anwendung der Abbildung deren Bilder umgekehrt geordnet sind. Die Menge der Fehlstände ist gegeben durch all diese Zahlenpaare, die die Bedingung erfüllen, dass zwar I kleiner als J ist, aber Pi von I echt größer als Pi von J. Die Mächtigkeit dieser Menge, also die Anzahl der Fehlstände, heißt Fehlstandsanzahl oder Inversionszahl. Betrachten wir folgende Permutation, so haben wir genau drei Fehlstände. Denn zwar ist 1 echt kleiner als 3, aber Pi von 1, was 2 entspricht, ist echt größer als Pi von 3, was 1 ist. Ebenso ist 2 echt größer als 3, aber Pi von 2, was gleich 3 ist, echt größer als 1. Zuletzt ist noch 4,5 ein Fehlstand mit der gleichen Argumentation. Im nebenstehenden Permutationsgraf kann man die Fehlstände auch leicht sehen anhand der Überschneidungen der Pfeile. An den Begriff der Fehlstände knüpft unmittelbar der Signumbegriff an, der jeder Permutation ein Vorzeichen zuordnet. Wir hatten bei der Darstellung bemerkt, dass sich jede Permutation in Transpositionen mit gerade oder ungerader Anzahl zerlegen lässt. Ist das Signum minus 1, so spricht man von einer ungeraden Permutation, d.h. diese lässt sich nur in eine ungerade Anzahl von Transpositionen zerlegen. Analog hat man für plus 1 eine gerade Permutation. Im Beispiel handelt es sich offenbar um eine ungerade Permutation, denn das Signum kann definiert werden über minus 1 hoch die Inversionszahl, die bei uns gleich 3 ist. Und in der Tat lässt sich die Permutation in 3 disjunkte Transpositionen zerlegen, d.h. eine ungerade Anzahl. Eine weitere Definition des Signums ist über die Produktregel. Diese zählt ebenso die Anzahl an Fehlständen, das Produkt ist genau dann negativ bei einer ungeraden Anzahl von Fehlständen und gerade bei einer geraden Anzahl von Fehlständen. Wichtig ist auch zu verstehen, was es mit der Konjugation auf sich hat. Dafür betrachten wir zunächst zwei sehr verschieden wirkende Permutationen. Bei genauerer Betrachtung sind sie sich aber gar nicht so unähnlich. Tauschen wir bei der Permutation Sigma die 4 mit der 2, stellt die Permutation also etwas anderes dar, das ändert nichts an der Permutation selbst, so scheinen die Permutationsgrafen beide, abgesehen von der Nummerierung, sehr ähnlich. Wir haben hierfür den Begriff des Zykeltyps eingeführt. Nun kommt bei dieser Erkenntnis die Konjugation ins Spiel. Diese werden wir auch in einem späteren Video zu einer gruppentheoretischen und grafentheoretischen Überschneidungen zunutze machen, nämlich beim Satz von Frucht. Nun aber weiter mit den Permutationen. Ich hatte gerade eben schon bemerkt, dass Pi und Sigma fast gleich sind, das heißt nur die Nummerierung ihrer Elemente unterscheidet sie. Wir verwenden nun Tau, um Sigma umzunummerieren. Dabei behalten wir grundsätzlich alles bei, außer dass wir die 2 mit der 4 tauschen und umgekehrt. Wenn wir nun Sigma mit Tau konjugieren, so erhalten wir eine Abbildung, die genau gleich Pi ist. Die Komposition liest man von links nach rechts, wir starten also hier ganz links und folgen nun mal der 4. Diese wird zunächst auf 2 abgebildet, die 5 auf 2 und die 5 auf 5. Insgesamt wird also die 4 auf 5 abgebildet, wie bei Pi. Das kann man auch für die anderen Elemente so durchspielen und wird sehen, dass diese genau gleich sind. Hat man Sigma in Zyklen zerlegt und möchte Sigma mit Tau konjugieren, so ergibt sich folgende einfache Berechnungsweise. Tau muss nur auf die einzelnen Zyklen angewendet werden. Wir werden das nun einmal durchrechnen. Dafür lesen wir von den Permutationsgrafen die zwei Zeilenformen von Sigma und Pi ab. Wir erkennen in der Zykelzerlegung, dass die beiden in der Tat typgleich sind. Die Umnummerierungsabbildung Tau lässt alle Elemente bis auf 2 und 4 gleich, diese lässt sie tauschen. Konjugieren wir nun Sigma nach Tau, so müssen wir einfach nur die beiden Zyklen von Sigma betrachten und die Bilder unter Tau der Elemente berechnen. Tau lässt 1 gleich, 4 wird zu 2, 3 bleibt 3. Der zweite Zyklus besteht aus 2 und 5, deren Bilder 4 und 5 sind. Insgesamt erhält man also Pi. Nun, da wir wissen, wie man Konjugation als Umnummerierung von Elementen bei grundsätzlicher Typgleichheit verstehen kann, wird der Folgengesatz besser zu verstehen sein. Für zwei nicht-leere Mengen x und y, die beide die gleiche Mächtigkeit, d.h. die gleiche Anzahl an Elementen haben, sind deren jeweilige symmetrische Gruppe isomorph zueinander. D.h. unterscheiden sich nur von der Bezeichnung der Elemente, nicht aber wesenhaft. Die äußeren Unterschiede, d.h. Unterschiede, die von den Bezeichnungen der Elemente herrühren, verschwinden unter Isomorphie. Also, zum Beweis. Wenn zwei Mengen die gleiche Anzahl an Elementen haben, so existiert eine Bi-Aktion f zwischen diesen Mengen. Jedem Element aus x kann genau eines aus y zugeordnet werden. Betrachten wir nun die Abbildung phi von Sx nach Sy und konjugieren eine Abbildung Sigma aus Sx mit f, so übersetzen wir ein Element der symmetrischen Gruppe Sx in eines der symmetrischen Gruppe von Sy durch Umbenennung der Elemente. Wir haben es hier nämlich mit dem allgemeinsten Setting zu tun, also nicht zwingend mit Zahlen, die Menge x könnte ebenso gut aus Edelsteinen bestehen. Wir wollen nun zeigen, dass phi ein Isomorphismus ist. Die Abbildung ist bi-aktiv, denn phi hoch minus 1 definiert durch f hoch minus 1 Sigma f ist gerade die Umkehrfunktion zu phi. Genauer gilt nämlich für ein Sigma aus Sx und Sy, dass die Umkehrfunktion angewandt auf phi von Sigma gleich Sigma ist, sowie die Ausgangsfunktion angewendet auf Sigma ebenfalls gleich Sigma ist. Damit ist phi insgesamt bi-aktiv. Wir müssen nun noch die Homomorphie-Eigenschaft nachweisen. Phi ist tatsächlich ein Homomorphismus, da für alle Sigma und Tau aus Sx gilt, dass phi angewandt auf die Komposition von Sigma und Tau nach Definition gleich f verknüpft mit Sigma Tau verknüpft mit f hoch minus 1 ist. Wir können nun beliebig umklammern wegen der Gruppenstruktur und schieben künstlich eine Identität dazwischen. Nun kann man wieder klammern und hat die Homomorphie-Eigenschaft nachgewiesen. Als kleines Extra gehen wir nun noch auf fixpunktfreie Permutationen ein. Eine Permutation hier in Tupel-Schreibweise heißt fixpunktfrei, falls kein Element auf sich selbst abgebildet wird. Fixpunktfreie Permutationen werden auch die Rangements genannt. Möchte man beispielsweise ein Gruppenfoto mit 7 Personen machen mit dieser Anfangsordnung und interessiert sich für alle Anordnungsmöglichkeiten, bei denen keine Person auf der gleichen Stelle bleibt, so fragt man nach allen fixpunktfreien Permutationen, den Derangements. Ohne Fixpunktfreiheit gibt es genau 7 Fakultät, also 5040 Möglichkeiten. Um die Derangements zu bestimmen, verwendet man die Subfakultät. Zur Herleitung dieser Formel dient das Prinzip der Inklusion und Exklusion aus der Kombinatorik. Eine Herleitung findet sich auch in der Videobeschreibung. Wenn wir nun 7 Subfakultät berechnen, so erhalten wir genau 1854 Möglichkeiten, ein Gruppenfoto so anzuordnen, dass niemand je auf der gleichen Stelle stehen bleibt. Eule analysierte die fixpunktfreien Permutationen für Mengen bis zu 10 Elementen für Friedrich den Großen von Preußen, der eine Lotterie betreiben wollte, um seine Schulden zu bezahlen.